Nach der Azubi-Prüfung beruflich voll durchstarten! Jaja, dank Corona hat das leider nicht so ganz geklappt. Aber mit Verspätung geht es jetzt endlich los, denn ab dem 27. Juni machen über 2200 Azubis ihre Abschlussprüfungen. Den Auftakt machen die Einzelhandelskaufleute, Fachkräfte für Metalltechnik und Tierpfleger. Den krönenden Abschluss im August bilden dann die Köchinnen und Köche. Wegen Corona braucht ihr euch übrigens nicht zu stressen. Während der Prüfung könnt ihr die Maske beiseite legen, weil wir für genügend Abstand sorgen. So könnt ihr euch zu 100% auf die Prüfung konzentrieren. Die gesamte IHK wünscht euch und allen Azubis jedenfalls viel Erfolg, bleibt locker und vor allem gesund!